Peru News heute alles, was Sie über Peru wissen müssen. Dina Bolluate, Präsident vereidigt neue Minister im Regierungspalast Präsidentin Dina Bolluate vereidigte vier neue Minister aus den Ressortsbildung, Agrarentwicklung und Bewässerung, Justiz und Produktion, während in den Ministerien für Arbeit und Verkehr Änderungen vorgenommen werden. Präsidentin Dina Bolluate hat an diesem Mittwoch, dem 6. September, neue Minister vereidigt. Sie sind Eduardo Arana, Justiz, Miriam Ponceffertis, Bildung, Jennifer Contreras, Agrarentwicklung und Bewässerung, Daniel Morata, der die Justiz verlässt, um Labour zu übernehmen, Anna Maria Kokwiwanka, Produktion, und Raul Perez Reyes, der die Produktion verlässt, um Transport und Kommunikation zu leiten. Schauen Sie sich als nächstes die Vereidigung an, die im Regierungspalast stattfand. Präsidentin Dina Bolluate hat an diesem Mittwoch, dem 6. September, neue Minister vereidigt. Sie sind Eduardo Arana, Justiz, Miriam Ponceffertis, Bildung, Jennifer Contreras, Agrarentwicklung und Bewässerung, Daniel Morata, der die Justiz verlässt, um Labour zu übernehmen, Anna Maria Kokwiwanka, Produktion, und Raul Perez Reyes, der die Produktion verlässt, um Transport und Kommunikation zu leiten. Wer wären die Minister, die Dina Bolluate hätte wechseln sollen? Bisher gab es einige Gerüchte, die darauf hindeuten, dass der Abgang folgender Minister beantragt werden würde. Daniel Morata, Minister für Justiz und Menschenrechte. Nelly Paredes, Ministerin für Agrarentwicklung und Bewässerung. Paola Lazzate, Ministerin für Verkehr und Kommunikation. Magnet Marquez, Bildungsminister. Fernando Varela, Minister für Arbeit und Beschäftigungsförderung. Peru News Today, folgen Sie uns auf Facebook und Instagram.